Sicher surfen, einfach erklärt. Ob im Bus, in der Straßenbahn oder im Café, es kann mitunter ein bisschen unangenehm sein, wenn allzu Persönliches über das Display huscht. Besonders wenn man das Gefühl hat, der neugierige Sitznachbar verrenkt gerade seine Augen, um auch einen kleinen Blick zu erhaschen. Aber das Gerät um wenige Grad gedreht und man kann meistens privat und unbeobachtet weiter surfen. Vor dem Display haben wir unsere persönlichen Daten also ganz gut im Griff. Aber was passiert eigentlich hinter dem Display? Wenn du mit einem Standardbrowser surfst, ist es fast immer so, dass deine Daten im Klartext durch die Leitungen wandern. Das bedeutet, egal ob Bilder, Kontostand oder sogar deine Passwörter, alles, was du eintippst, anklickst und angezeigt bekommst, ist nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch für jeden entlang der Leitung deutlich mitlesbar. Natürlich kannst du sagen, ich vertraue den Leuten entlang der Leitung, dem Betreiber des öffentlichen Netzwerks, dem Internetprovider, den Internetknotenbetreibern und dem Provider und den Administratoren der Webseite, die du besuchst. Aber warum schenkst du denen mehr Vertrauen als deinem neugierigen Sitznachbarn? Bloß, weil du sie nicht sehen kannst? Und vor allem können die nicht nur zuschauen, sondern deine Daten sogar speichern oder im schlimmsten Falle manipulieren. Und weil man in einem Netzwerk wie dem Internet immer davon ausgehen muss, dass irgendjemand mitliest, verschlüsselst du am besten deine Daten, wann immer das möglich ist. Und das ist viel einfacher, als du denkst. Wie du bestimmt schon gemerkt hast, steht bei den meisten Internetseiten, die du besuchst, HTTP vor der Adresse. Das steht für Hypertext Transfer Protocol und ist sozusagen die Sprache, in der dein Browser und der Server auf der anderen Seite miteinander kommunizieren. Doch genau hier liegt das Problem, denn diese Sprache ist für jeden mitlesbar. Doch zum Glück gibt es mittlerweile eine neuere Version der Sprache, die genau dieses Problem behebt. Wenn du hinter das HTTP ein kleines S tippst und die andere Seite auch diese Sprachversion unterstützt, verbindest du dich über das Hypertext Transfer Protocol Secure, also eine verschlüsselte Version des Hypertext Transfer Protocols. Alle Daten, die jetzt zwischen dir und dem Server hin und her geschickt werden, können zwar noch von dritten mitgelesen werden, aber nicht mehr verstanden, denn es ist nur noch verschlüsselter Zeichensalat. Und ein weiterer wichtiger Vorteil, sobald eine sichere HTTPS-Verbindung besteht, kann niemand mehr die Daten manipulieren oder dich heimlich auf eine andere Seite, zum Beispiel eine gefälschte Seite, weiterleiten. Aber natürlich ist es beim täglichen Surfen total unpraktisch, bei jeder einzelnen Seite auszuprobieren, ob der Server auch HTTPS unterstützt. Das haben sich die Leute von der Electronic Frontier Foundation, das ist quasi das Screen-Piece unter den Datenschützern, auch gedacht und deswegen ein kleines Plugin für alle gängigen Browser entwickelt. Es nennt sich HTTPS Everywhere, also HTTPS überall und du findest es auf ihrer Webseite eff.org. Mit einem einzigen Klick installiert funktioniert es wie eine kleine Autokorrektur. Bei jeder Adresse, die du jetzt eingibst, schaut HTTPS Everywhere in einer kleinen Liste nach, ob die Seite, mit der du dich verbinden möchtest, auch eine verschlüsselte Verbindung unterstützt. Wenn das der Fall ist, schreibt das Plugin ganz einfach ein kleines S hinter die Adresse und schon surfst du sicher und verschlüsselt. Egal also, ob du nun selber die Adresse eintippst oder einen Link angeklickt hast, das Plugin sorgt immer dafür, dass du auf der sicheren Seite des weltweiten Netzes surfst. Wann immer das möglich ist. Danke fürs Zuschauen. Den Link zum Plugin und mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Wenn du den ersten Teil unserer kleinen Serie schauen möchtest, kannst du hier klicken. Darin erfährst du, wie du dir ganz einfach sichere Passwörter ausdenkst. Und für den nächsten Teil kannst du hier klicken. Und für den nächsten Teil kannst du hier klicken.